Oh, wow, wow, wow. Verdammte Scheiße, ihr zwei Stricher, ey. Ey, wir sind Pros, Mann. Don't mess with the Pros. Ich hab beide Stricher gefickt, ne, hintereinander. Nice, ja. Jeder muss in irgendwas gut sein. Simon ist halt gut im Stricher ficken. Auf jeden Fall, ey. Open your parachute closest to the ground. Okay, ja, klar, klick gut. Kann ich machen. Boah, 0,4 Meter, wie krass ist das denn bitte? Ja, das ist schon sehr krass. Das hat er aus einem Gebäude gemacht, wo er nicht stirbt, weißt du? 0,4 Meter, Cheater. Dumme Sau. Ich spring raus. Nein, jetzt schon? Parachute, Parachute, Parachute. Ach shit, das war glücklich. Spass. Ich wollte direkt raus, wie gesagt, dass ich nicht sterben kann. Ach, okay. Das war meine kluge Idee. Ah, hier steht, dein Erzfeind Ben Ebert. Ey, du Spacko, Alter. Du Arsch. Bist du rausgesprungen noch rechtzeitig? Ja, Mann. Ach, du Arsch. Das ist richtig. Ich geh ein bisschen höher. Raus, raus. Oh shit. Oh nein, ich hab kein Parachute. Ah, doch. Ah, doch. Doch, doch, doch. Das ist aber auch lustig, dass die sich... Oh, ich bin so gegen eine Wand geknallt. Alter. Ich bin direkt vor die Gotts. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Da ist er, da ist er vor uns. Vor uns. Oh oh. In das Loch bist du so runter. Nicht schlecht, okay. Warte, komm, ich hol dich ein. Da unten, da unten ist er. Da unten ist er. Oh nein. Autsch. Hahaha. Geil, der kommt so reingedroppt wie so zwei Kackhaufen. Boah, hab mich erwischt. Karl Dall? Oh ja, Karl Dall, Mann. Stimmt. Lebt der eigentlich noch oder ist der auch inzwischen tot? Der lebt. Nee, der lebt noch. Der hatte doch letztes Jahr so einen Skandal gehabt. Echt? Hm. Gar nichts mitbekommen. Der war so in der Schweiz. Man hatte so ein Interview mit so einer Reporterin. Dann hat sie irgendwie später gesagt, er hätte sie vergewaltigt. Hahaha. Wenn's mal ehrlich, Karl Dall, Alter. Ja, Mann. Wer will nicht von Karl Dall vergewaltigt werden? Du hast ein Auge auf sie geworfen. Ich glaub viel, aber ich glaub nicht, dass Karl... Hahaha. Hahaha. Wir sollten die Autos nicht hier, sondern hier so parken. Hier hinten irgendwo. Hahaha. Oh Gott, Alter. Da ist der Backflip, Mann. Boah, du hast ne pinke Bazooka, oder wie? Mhm. Boah, da ist ziemlich neidisch. Das ist ziemlich cool, ey. Ja, wer hat denn keine pinke Bazooka? Ja, okay. Sag ich mal. Ich hab ne Weile nicht mehr gezockt. Ich bin jetzt halt ein bisschen out of the loop. Okay, jetzt go. Go, go. Wegrotzen. Nein, nicht den... Nein, nicht den... Wo warst du denn, als das passiert ist, ha? Sag mal. Ich hab auf den Heli geschossen. Aha. Sicher? Ja? Ja, mit der Schnieper. Ja, mit der Schnieper. Mit der Schnieper auf dem Heli. Hm. Was? Kannst du deine Oma erzählen? Kannst du deine Oma erzählen? Und selbst die glaubst du dir nicht, Mann. Hey, das glaub ich dir nicht, Joko. Wie wär's denn mal mit Start? Dann glaub ich nicht, darfst du mal auf den, der drauf geschossen heißt. Junge, trink doch mal Start, ey. Daniel, ich steig schon bei dir ein. Vielleicht kann noch einer... Boah, das ist ja ein Viersitzer, aber ist ja ganz schön cool, ey. Das ist ein Familienwagen, Mann. Stimmt, Mann, das ist echt ein Familienwagen. Sonntagsauto. Ich geh mal schnell einkaufen, Schatz. Ah, wer springt denn da raus, Mann? Ich hatte keinen Bock auf Familienkarre. Fahr ruhig weiter, ich nehm mir eine andere. Wir sind eine große Familie, wir sind eine große Familie, Simon. Oh. Haha. Soviel zum Chopper. Da kommt der Konvoi, hinten. Die Straße runter. Ei, ei, Konvoi. Hahaha. Permanentl steht so ganz offen vorne am Eingang. Ist auch eine geniale Idee. Du darfst einfach mal hier stehen, ey. Schutz brauchst, ey. Stopp! Stopp! Stopp right here. Hier. Okay, ihr habt ein fettes Geschütz, aber ihr könnt doch mal anhalten. Rüppelbande, stopp! Hahaha. 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 Viel Gubbelbande. Da stehen sie, Mann. Vorm Liquor Store. Klar. Gucken, wer zuerst ausrastet. Ich glaub, das ist, äh, nicht, ich glaub' ich keine Frage, wer zuerst ausrastet. Au. Ja, beide, beide. Ja, beide, beide. Ich hab' beide umgehauen, Mann. Oh, Mann. Fucking beide. Aber nicht schlecht, Mann. Die Eier treten, ja. Toll, Soko. Echt, ey. Echt wieder. Shame on you. Shame on a nigga. Try to run game on a nigga. Hahaha. 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 Ich hab' Hunger. Was kann man da machen? Mhm. Wow. Stell' mir vor, ich werd' Wasser essen. Ja. Hahaha. Hahaha. Ich stell' mir vor, ich hab' einen köstlichen Kuchen vor mir. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Hahaha. Hahaha. Oh, das muss ich kacken. Hahaha. Stell' mir vor, ich habe eine Kloschüssel vor mir. Hahaha. 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 Nom nom nom. Hahaha. Hahaha. Ja, genau. Jeder fährt wie er will. Ja. Sau gute Idee. Ja. Ja, machen wir mal. Ah ja, fett. Völlig vom Weg. Ah ja, alles klar. Ach so, man fährt vier verschiedene Wege quasi. Ja, völlig verschiedene Wege. Okay, okay, okay. Ihr dürft die nicht abschießen. Ihr müsst echt einfach... Mission Streufeuer. Hahaha. Mission Sprühwurst. Hahaha. 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 What up? Streufeuer? Hahaha. Okay, Aktion Streufeuer hat voll, vollen Erfolg gebracht, Mann. Nice. Geschlagen wie eine Bombe. Hahaha. 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 Wir müssen zu den Lopeds laufen, Mann. Hört mir mal alle zu. Ich bin wichtig, ich hab ne Knarre. Wir müssen zu den Lopeds laufen. Auf den Leib geschneidert, gesnipert. Auf den Leib gesnipert. Auf den Leib gesnipert. Hahaha. Das wäre ein cooler Name für ein Rap-Album. Hahaha. Hahaha. Geht so. Hahaha. Auf den Leib gesnipert. Das ist so voll geil. Okay, Crowd Control. Ups. Mach das schon. Get on the fucking floor, yeah. Was? 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 Was war denn jetzt los? Was war denn jetzt los? Was war denn jetzt los? Ich hab da nicht mehr eingestiegen. Ja, Crowd Control Team failed, ne? Ne, 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 das lass ich mir nicht nachsagen. Quick restart. Stand da. Du brauchst nen Screenshot. Ja, schick mal. Hat es nicht gewasst, aber. Ach, hast du nicht, ja? Aha, okay. Dann war es wohl auch nicht so. Screenshot all didn't happen, Soko. Ja. Alle haben das doch alle gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja, so dumm. Guck mal, hier erster. Hä? Erster. Wow. Einmal ist der Simon erster. Guck mal, da ist er. Oh man. Oh, es wird grad nochmal überfahren, ey. Das Intimidation Meter ist high, man. Die scheißen sich ein. Riechst du auch den Stuhl? Ich liebe es, wenn das beim Banküberfall nach Stuhl riecht. Das wäre der Hammer, wenn die sich richtig einscheißen würden. Oh, oh, nicht, nicht. Vorsicht, da geht's einmal tief. Was? Das sind alle da. Diese Trolle, Mann. Diese punk-u-ru, du scheiß. Diese vollkommene Idioten. Mega-nobig, ey. Ups. Immer noch, wieso komplette Idioten, wenn's das runtergüft? Die Fresse zuerst, Mann. Da geht's doch da drauf auf. Was? Was? Da dran. Schwule Sau. Da dran. Ja, da dran. Ist auch krass gemacht. Oh, oh. Vorsicht, da ist ne Granite. Oh, Mann! What the fuck, ey? Ich weiß auch das, Mann. Ah ja, irgendwer ist vor mich gelaufen und die Granite ist da ab. Du prallt an ihm, Mann. Genial. Ey, Zuko, du darfst den nicht mehr benutzen. Du kriegst ab jetzt ne Pistole ein. Ein Messer. Ein Messer. Ein Messer. Du darfst nur noch mit dem Messer angreifen. Ja. Aber aus Plastik, so, oder? So ein Flugzeug-Buttermesser. Warum läuft es nicht mehr so wie eben? Bei dir, oder was? Ne, wir waren noch so maschiniertes Getüfte. Maschiniertes Getüftel. Oh mein Gott, Alter. Das macht überhaupt nicht mal Sinn. Das ist das beste. Das ist das coolste Wort, das ich seit langem gehört hab, Mann. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Ich konnte keine Schutzweste kaufen. Das ist nicht gut, wenn ich dann... Ach, die brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Brauchst du auch nicht. Du bist doch eine Schutzweste. Du bist doch zu echt, ne? Er zeigt halt die Strecke nicht an, weißt du? Der Helm wird jetzt eher schon. Out of area. Out of area. Shit. So ein Kopf, der mir in die Fresse haut. Ich stehe hier so. Und das nimmt mir so ein Kopf, der mir sagt, keine Knarre. Donnert mir so Fäuste in die Fresse. Okay, okay, okay. Wollen wir über die Berge Methode probieren? Mhm. Aber was? Ich hab mein Bild gerade gedreht. Wie geht denn das? Was? Was? Du hast dein Bild gedreht? Was hast du? Was? Ich hab grad das Bild von meinem Rechner gedreht, Mann. Das ist nach rechts. Ich hab gar nichts gemacht. Siehst du das? Der prügelte schwarze Kopf. Seht ihr den Prügelklop? Der Prügelkopf, Mann. Der will uns schlagen. Er will's so hart wissen, ey. Scheiße, ey. Google mal jemanden schnell, wie man sein Bild... Ja, wir haben... Talking Confusion. Irgendwas gletscht hier ganz gewaltig, ey. Er kommt doch nicht, er hört sich drauf an. Er kommt doch nicht dran, dann werden sie schlagen wieder. Und wenn er so schlagen. Ist gut. Ich bin jetzt bei dem Lost Motor Club. Oh, mich hat's grad gefliddelt. Ich bin jetzt bei dem Lost Motor Club. Gefliddelt. Was ist denn gefliddelt für ein Wort, Mann? Mann, das ist echt... Wären nur Worte erfunden hier, ohne Scheiß. Gefliddelt. Hört sich nicht so hart an, hab ich gedacht. Ja, ja, stimmt. Das wird doch nicht so schlimm sein. Wären nur Worte. Wären nur Worte. Oh, mich hat's auch gefliddelt. Ey, aber das Aufteilen, Mann. Das ist nicht schlecht. Ah, Alter, wer ist gestorben? Baybar, Baybar. Natürlich, Baybar, natürlich. Natürlich. Das ist doch so ein Satz, der vom Soko kommen muss. Stimmt das erste Mal. Ja, ohne Scheiß, vielleicht stimmt das erste Mal. Baybar, natürlich. Wer denn sonst? Er hat sich halt ein bisschen geflittelt Ich schlag mich schon, dass die Mission abgebrochen wird, wenn nur noch so 0 oder 100.000 in der Tasche haben Ob man am Ende echt so 0 in der Tasche haben kann, dann fährt so die Taschen alle leer Ja, es sind nur noch 500.000 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, beide wurden ins Schloss Die sehen auch ziemlich fertig aus Die haben vieles mitgemacht Aber die gehen nicht auf Don't fuck with Lama Oh, oh, scheiß